Wir arbeiten jetzt gerade hier rauf zum Tilicho Lake und sind jetzt schon am letzten Part, glaube ich, weil jetzt geht es die Serpentinen rauf und dann dürfen wir oben über die Kuppe kommen und in den See sein. Also haben wir das langweiligste Mal durch Sport, weil das war jetzt ein gescheiter Kampf durch den morgendlichen Regen da rauf, aber die Motivation steigt mit ein bisschen Sondeswasser kommt. Im Gegensatz zu Indonesien gibt es da wenigstens eine Müllgrube und das liegt nicht überall herum. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt sind wir ein bisschen näher an den Gletscher herangegangen und es ist echt cool da. Es ist richtig ruhig und man hört immer wieder ein bisschen was abbrechen und wie sich der Gletscher bewegt. Richtig mystisch ist es jetzt da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt machen wir sich wieder an den Abstieg. Jetzt geht es einmal zum Lunch, wieder zum Basecamp runter. Und dann bis Schrikharka heute. Und morgen gehen wir dann wieder den ganzen Weg runter. Und nehmen dann Shortcut bis zur nächsten Unterkunft, wo es dann zum Touranlaubhaus geht.